Hallo, lieber Christian, wir haben dich fast vergessen, aber nur fast, denn wir haben am 4. August, zu deinem Geburtstag, das Glück gehabt, ein Bild für 19.100 zu verkaufen. Stell dir vor, wir wünschen dir ein langes, glückliches Leben und gratulieren herzlich, Julia und Sven aus Süd. Und das sende ich. Das sende ich. Dass du das so bekommst jetzt. Na ja, Benja hat mir das ja gezeigt. So, gut.